Hallöchen und willkommen wieder zurück bei Heinzein Baba mit Endsport auf Stufe 70. Also legen wir auch gleich los. Ne, ist immer zuerst das hier. Freva, den Frevla. Schauen wir mal, ob wir den finden. Dann natürlich gut, wenn ich das alles hier zügig hin krieg, dass wir die Sau definitiv schaffen auf 70, ohne dass ich da jetzt hier zwei Stunden dafür brauche. So, laufe jetzt einfach mal da lang, was soll's. B-Fahr der Frevla. Haben wir auch schon ein paar mal insgesamt. Na, also geht doch. So, 14.50 Uhr haben wir schon. Wo ist er? Die Kerne. Da aber nicht. Guck mal. Das geht noch nicht. Ein Overmarker. Ist aber der. Wir brauchen auch nicht den, den ich eigentlich will. Ein Legendary Speer. Und ein Geschenkführer. So, wie ihr ja gerade den Namen nicht gesehen. Äh. Ach, Cashin. So, viel Spaß. Na, also was ist das für einer? Das ist jetzt der, äh, äh, das Ariad. Legitärer Speer. Ja, mehr Damage. So. So, klar, ist klar. So, wo ist jetzt hier? Wo ist er? Ich bin eigentlich echt fast hier nirgends. Der ist bestimmt da hinten. Guck ich jetzt von hier aus auch rüber? Nee. Nee. Ich brauche mir Zeit. Ach, ist hier nur ein anderer. Mhm. Und wie würde ich? Nee, dann lasche ich mich wieder zurück. Ich glaube echt nicht, dass der da ist. Nee, nee. Na. Ja, da hinten oben oder sowas. Ja, praktisch. Ist auch noch nett. Ey. Nicht genug Wund. Äh. Ich brauche Wut. Da ist er. Sehr schön. Das geht noch nicht. Nicht genug Wut. Ziemals zumindest mal wohin. Wola. Schau. Die, 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 die. Ich braucht mehr Zeit. Mehr Wut. Wut, aber gesagt. das war das ding ist besser wie der nagelring also wird zwar schade ja abflug nächster hat schon lange genug gedauert ist eine hier aus der zerstörung mal wieder direkt vor mir na gut so ruhig ist nicht so einfach mal die gegner platt machen das war sehr schön das war der gut insgesamt schon eine grandiose vier gegner noch nicht so was war mir zu laufen war mehr gut drauf alles nach links die gegner mich hier so drängen dass ich da ist gut je nachdem was da jetzt rauskommt sehr schön also fast mal einiger schneller geht es eigentlich gar nicht nicht genug ja ich brauche mehr Zeit blum 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 die 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 ja sehr schön die Geilkriecher 61 von 100 na schade was hat ja na gut dann laufen wir jetzt auch wieder nach rechts das ist ein bisschen weh das müssen wir die Zukunft gewährt Macht über die Gegenwart blum 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 aus diesem Grunde ist die T-Reihe der Erzengel des Schicksals ein wichtiges Mitglied des Rats er alleine verfügt über die Fähigkeit die Fäden des Schicksals zu entschlüsseln in die irgendeine schrift Rolle des Schicksals verwoben sind herrenzenloser Blick erlaubt ihn Einsichten die anderen niemals voll nachvollziehen könnten nicht aber fast noch einmal so ein ding mehr dann schon oder auch normale gegner so das war's sehr schön das teil ist abgeschlossen abflug zum nächsten so nimm mal das vierte mal wieder wir haben ja beim letzten mal fast vergessen hier zu machen hier auch bei dieser denke ich dran ich glaube ich auch 100 gegner glaube ich war dass ich das jetzt noch weiß irgendwie so was so las kiate wo bist du doch nicht ja schon mal nicht als ein anderer schläge wieder stürmen aha so Oh, das war nicht. 14.50. Tja, müsste ja dann eigentlich hier hinten dann sein. Oh, wo? Ich brauche Lute, ich brauche mehr Zeit. Ai, 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 ai,rick. So. Wo ist er jetzt? Hier überall nicht. Wird der eher da oben links sein. Ach guck mal, die nehmen wir auch wieder mit, wenn wir schon wieder stehen. Pompöser Zirkel. Beim letzten Mal haben wir die Trouille auch mitgenommen. Schatzkobbelin, wo ist er da? Oh nein, ich bin schon wieder so ein Rumschubsputzi. Oh nein, 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 nein. Nein! Fuck! Komm schon. Boah, krass. Zum Glück habe ich hier meinen stolzen Typi dabei. Wow, krass. Mann, Mann, Mann. Zirkel, wo ist denn dieser Typ? Das war zu der Giri, das ist er auch nicht. Ja, dann werde ich wohl hier wieder falsch sein. Oh, wie dann geht das Ding hier noch? Nee, da ist er. Aha, endlich. Ich brauche mehr Zeit. Mann. Mann. Du kannst ja lieber durch hier. Hier oben wahrscheinlich, war? die 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 jahre wohl 70 das wird das hier So, alle klar, das war der Eier. Ne, das wurde auch noch nichts in der Folge. Mit 70 bin ich jetzt klar, 67, 3 Viertel. Auch schon drei Dinger durch. Ich bin noch hier für den Engel. Ne, das wird, ne, das, ne, 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 ne. Das wird nichts. Ja, dann sei schon mal sorry, aber da, wo sonst hier was ich dann wieder drei Stunden Aufnahme oder sowas. Waren. Das wird noch nichts. Nächste Folge dann schon eher. Natürlich auch. Ne, einmal je nachdem wie schnell ich hier die richtige Resension finde. Also unten, oben. Äh? Ach komm, ich bin da außerhalb. Ach komm, ich bin da außerhalb. Ich brauche mehr Zeit. Hä? Aha. Ja, da war wohl so ein Schatzgoblin, den ich in dem Fall nicht gesehen habe oder sowas. Kein Plan. Das war jetzt auf jeden Fall schon mal Nummer 1. Mehr Wut. Hm. Zwei ist da da oben. Wo sind die Nächsten? Oh ja. Trink doch wieder. Ja. Ja. Wo sind die Nächsten? Ah, da oben ist die Nächste. Moit. Zwei noch. Ja. Shit. Mann. Noch nicht bereit. Hm. Das geht noch nicht. Woher die natürlich überhaupt hier gewaltig für uns hat, ne? Na, aber ich wollte eigentlich nicht mit zwei Händen spielen. So, da oben rum wie. Mach mal hier so eine Tante. Jetzt. Ist das die Letzte oder was? Ja. Oh ja. Schau. Da ist vier von fünf. Das geht noch nicht. Da wo ist ja nur vier. Die anderen sind keine Ahnung. Weil eins fehlt ja noch. Hm. Wo ist der Letzte? Ja. Ich brauche mehr Zeit. Mann. Ich bin noch nicht bereit. Hä? Komisch. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht höher. Wird doch höher, ne? So. Nein. Nein. Merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Wo ist der allerletzte? Da unten. Da ist 68. Da unten. Immer wieder schön. Immer wieder schön. ja sie ist ja 68 hier ein viertel und das ding war es schon so sogar noch mal zwei folgen für ich dich da so auf die kapelle noch mal schwierig zu sagen ausrechnen bis jetzt in der sohn ist kein seien siehst Mann. Schön. Ach, da hinten. Sehr schön. Nehmen wir auch was mal kurz. Die da. Boah, in die Eggis. Die ist sogar besser. Hier auch. Hier auch. Ja. Oh Gott. Knallrot. Das sieht aus. Fertig. Doch nicht bereit. Doch nicht bereit. Hu, 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 hu! Kleppig, 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 kleppig. Ich brauche mir Zeit. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. So, hab ich das geschafft, ne, bestimmt nicht mehr. Ach doch, hatte ich sogar. Cool, 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 cool. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, kurz in die Stadt, ne, da muss ich nichts mit 70. Das kann ich nicht bringen. Über eine Stunde, wo ich die dann dafür noch. Ne, leider nicht. Da hab ich euch leider zu viel versprochen, sorry. Jaja. Aber im nächsten Mal weiß ich das dann. Das hier ist besser. Das hier auch. Das auch. Ja. Schon. Danke. So, mal kurz hier das Wirbelchen angucken. Naja. 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 Ihr zwei Sachen, mit denen ich rein gar nichts anfangen kann. Deswegen die mal schon mal verscherbeln. Genau. Dann, ja. Höh' dann doch nochmal hier auf. Mal schauen, was beim nächsten Mal hier geht. Ob ich da dann eventuell die eineinhalb Level noch voll bekommen. Auf 70. Und ja. Also. Schauen wir hier mal beim nächsten Mal. Wie gesagt, sorry für diesen Part hier. Aber man sieht sich, wenn ihr wollt. Bis dahin. Servus. Ich wünsch euch was. Ciao. Ciao. Ciao.